Hallo und herzlich willkommen auf ÖBB School, die Wintersportwoche. Ich bin euer Sebi und darf euch mit täglichen Videos durch die Woche begleiten. Kannst du Skifahren? Ja. Kannst du Skifahren? Ja. Ein bisschen wild fahren tun sie, aber denen fahre ich schon nach und so, wie es ihnen das gehört. Bist du Skifahrer oder Snowboarderin? Ich bin Skifahrerin. Ja, Skifahren. Weiterskifahren? Einfach Sport am Spaß? Ja, Sport am Spaß, ja. Sport am Spaß ist gut, oder? Ja, schon. Bist du Skifahrer? Nein, aber ich kann fahren. Das liegt mir im Blut. Drei, zwei, eins. Hallo. Was erwartest du von der Wintersportwoche? Spaß mit meinen Mitteln. Drei, zwei, eins. Hallo, ich bin der Marce Bamsung. Ich komme aus Wien, von der Arti Lotha King. Und ich bin jetzt da auf einem Skikurs. Yo, what up? Was geht denn da gerade ab? Nichts, die Lehrerin erklärt uns was. Muss man da aufpassen? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Soll ich mich aus dem Duft machen, oder wie? Ja, schon. Was? Was? So tell me if I'm wrong It seems to me you've suffered much too long So tell me if I'm right It seems to me you've given up your fight So tell me if I'm right Have you ever tried Tell me if I'm right To feel alone Hallo, wir sind Frenzy Foundation und wünschen euch noch eine geniale ÖBB-School, die Wintersportwoche